So, willkommen zurück! Oh, das klingt so komische Augen, aber es geht weiter hier. Jetzt wollen wir mal hier weg gehen. Den letzten Teil der Dungeons erkunden. Jetzt habe ich neue Spuren und dann fählen wir hier an. Gut. Dann sind wir jetzt hier gewesen. Ja, gerade klatscht. Er fehlt nicht hier nach hier rein. Ihr seht schon einen anderen Fabian. Guckt, das heißt, dass hier ein Abverschlecht ist. Hallo. Ich bin ein Abverschlecht. Mal gucken, dass ich nicht klar nicht. Es geht. Ach ja! Machat! Machat! Zulfi... Ah, ja, Bob, okay, come. Oh, what the fuck's in yours? 2. 4. 4. 5. 5. 5. 6. 6. 7. 8. 11. 12. 15. 15. 15. 15. 16. 16. 16. 16. 17. 17. 17. 18. 18. 19. 20. 20. 20. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr verletzen kann. Ich weiß nicht, dass ich es nicht mehr verletzen kann. Gefordert dabei die Gangs, die mich gerade explizitiert hat. Hallo, Äffchen. So, pack er dann mal hoch. Dann kommt noch Öl. Oh, wir haben wieder Robine, sehe ich gerade. Noch 18. Robine, die Zuggie hier haben, unsere Robine. Kann man haben, was wir in den Ölkarten. Unser Freund im Vogel. Da gibt uns ja Preise nachlass auf alles. Gut, ich sehe schon, der nächste Part wirklich der letzte sein. Dann ist dieser Dungeon endlich erledigt. Gut, jetzt fehlen noch zwei Affen, die ihr sehen könnt. Spielfeld 1. Bis zum nächsten Mal. Dann würde ich das Projekt wieder Affen und den Schreien ganz zu durchsuchen. So kann man nichts machen. Dann hätten wir eben auch noch die anderen. Gut. Ich lebe es. Ich lebe es. Ah! Wo ist die Erpel hier? Gut. Geht damit? Und dann von mir auch wieder. Und eine kleine Truhe und ein Affen. Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Ja, ich würde nicht spätieren, das ist ja... Ja, ich würde nicht spätieren, das ist ja... Schlepp uns den... Mann! Mann! Gut! Das macht halt so! Und haben hier wieder eine Truhe. Findet ihr hier was schönes drin? Okay, schon wieder. Wunderbar. Wunderprechtig. Das habe ich natürlich nicht gesehen. Ich hab ihn nicht gesehen. Ich hab ihn jetzt gesehen. Ich hab ihn aus, was er ist vorbei. Ich hab ihn, was ich nicht gesehen habe. Ich hab ihn nicht gesehen, ich hab ihn nicht zu sehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Oh, dass er Priorität ist. Ja. Waren es war eine Fische Anleitung? Was ist das? Hallo Äffchen! Äffchen gerettet, weiter gehts. Los noch. Ja, da hinten der Raum. Da kann der Bus rauben, wunderbar. Ein Raum noch. Aber schwapp, irgendwas. Scheiße, ich find Schlüssel. Ich glaub, mir fehlt ein Schlüssel. Ich hab noch einen. Oh, ich hab noch einen. Ich hab noch einen. Obwohl, die letzte Zeit auch nicht mehr war. Ich hab jetzt gar nicht drüber gewartet. Ich hab noch einen Schlüssel. Ich hab noch einen Schlüssel. Oh mein Gott. Und das bei jedem Öffnende Kiste ist immer ein bisschen schwierig. Ich hab noch nie mit! Ich hab noch einen Schlüssel. So, muss ich ja jetzt noch auf sein. Äh, gut, wie geht's denn weiter? Ach, da ist noch was. Ach, da ist noch was. So, und dann haben wir auch den letzten Abend befreit. So, wir hatten aber noch eine Truhe, das müsste dann, glaube ich, noch mal ein Buchstabe gewesen sein. Oder? Aber es ist der Buchstabe N. Auf Idealisch. Wie cool das ist, ich weiß nicht. N und so ein Auge drüber. Natürlich nicht. Dann habe ich den zweiten Stück von Donami gefunden. A und N, ja. Und N. Und wir können jetzt so eine Art Affenkette bilden und drüber zum Bossjumpen, würde ich sagen. oder? Ja. Wer sind denn das? Was? Ich muss es da wirklich festhalten. Ich habe Angst. Was wird da oben loslässt? Oh Mann. Okay. Oh, okay. Oh, okay. Das war ganz klar. Ne? Muss man jetzt so los. Versuchen wir das Ganze nochmal. So. Das müsste ja eigentlich eine provozorische Fee sein. Das ist besser. Ja. Das muss ich mal da auf. Die bin ich Saufen von? denn hier ist ja jetzt theoretischerweise... Ah ja. Spiegelverkehr. Und da ist er, da ist er. Du trägst eine Fee in der Flasche. Sie gibt dir ein Herzen, wenn du am nötigsten hast. Und sie führt dir bis zu 8 Herzen wieder auf. Und sie wählt uns auch wieder, wo wir sterben sollten. Lampen dahin. Gut. Gut, ich habe dieses Riesen-Schloss an. Oh, ich wollte dir gar nicht mehr gehen. Oh, blinkt! Ich wollte doch gar nicht reingehen. Ich muss den Riesen-Schloss an. Ich muss den Riesen-Schloss an.